Um den Abwasserschlauch anzuschließen, braucht ihr das hier, so einen Adapter. Den könnt ihr dann auf den Abflussablass hier aufschrauben, ganz leicht. Und ein bisschen mit der Zange eventuell noch festziehen, aber vorsichtig. Und dann braucht ihr so eine Metallschelle, die könnt ihr dann per Hand einfach zudrehen, ganz praktisch. Den gebt ihr auf den Abwasserschlauch von der Waschmaschine. Den drückt ihr dann auf diesen Adapter drauf. Und dann könnt ihr es per Hand einfach schön zudrehen. Und hier wirklich festdrehen, aber nicht übertreiben, damit ihr euch nicht der Gummi hier aufreißt. Und dann noch den Wasserzulaufschlauch auf dem Wasserhahn aufschrauben gegen den Uhrzeigersinn. Und den Wasserzulauf natürlich auch an der Waschmaschine selbst anschließen. Auch hier wieder aufdrehen. Und dann habt ihr eigentlich die komplette Waschmaschine schon angeschlossen und könnt sie einschalten. Wenn ihr das vorständige Video sehen wollt, ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung. In diesem Video sind auch die Produkte, die ich verwendet habe, dann drinnen in der Beschreibung verlinkt. Und das war's schon.